hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von citadel mit harry potter mit gamer exider beziehungsweise luras und natürlich meiner wenigkeit der juna ich dachte wir brauchen hier warum hast du eigentlich so weiße augenbrauen das total editierend ja dann können wir den ersten mut auch schon wieder rein tragen dahinten kann man das andere gegnerlager sehen da können wir mal hingehen ja können wir gerne machen ich schmeiß kurz mal gut hat er schon zugemacht obwohl ich noch dann war okay gut dann lasst uns mal los ins abenteuer und wir brauchen nicht hockwolds übrigens als antwort in der richtung ich glaube wenn wir hockwolds bauen weiß wie detailgetreue das sein müsste dann damit ich zufrieden bin das würde monate jahre dauern und das will ich mir nicht antun denke ich und darf ein drache der drachen zwei gesagt das könnte lustig werden okay warte den großen jetzt ein großer drache und ich weiß nicht monster mit flügel machen erst mal dass ich sie da auch zurück 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 lass uns erst mal das pixi da machen okay wollen muss ich einfach die kiste schnappen siehst du was für eine kiste da vorne unter dem drachen ist eine kiste du meinst du kommst da dran ohne den drachen ja locker habe ich vorhin auch schon gemacht okay dann zeig mal er dreht sich auf jeden fall schon zu dir ist festgekettet oder hab schuhe gefunden ich glaube ja da ist eine art gargoyle-typ oder so ja lass uns den mal killen schule level 26 ok der ist da noch so einer direkt daneben hinter den steinen kann man die steine abbauen das wäre auch noch mal interessant ne oh der neue starb bringt es aber vor ich war jetzt fast auf den schaden ja wollen wir den drachen versuchen aber dann nehme ich ein bisschen mehr abstand falls er direkt auf uns zukommt ja dann warten kurz im moment daneben einmal kurz ein bisschen man aber herstellen ohne trank sagt bescheid wenn ihr so weit seit ich werde ok dann los 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 oh ja der macht wirklich mehr schaden aber dafür geht das mal einer wahnsinnig schnell leer jetzt brennt jetzt rennt auch noch ein bär dazwischen den mache ich eben nicht dass er uns angreift und tötet ok habe ich auch noch ein drachenstein drinnen kann ich aber nicht mehr aufsammeln ja ich muss eben ein pixie machen ok sehr schön wenn der kadaver im käfig wo das noch so ein gargelein ein imp im oh mann die armen leute die hier hängen das sieht schon ziemlich geil aus sondern der aufgespießten menschen und das ist schon echt geil gemacht ja wenn man das geil findet ja ja erst mal den drachen an wer 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 ist erledigt wer ist leer ich guck mal auf die karte ob ich noch was sehe weiter im norden wäre noch so ein camp und nochmal so ein turm mit dem man freischalten kann dann hinter ich folge euch mal weil du nicht weißt wo norden ist nein damit ja nein ach du weißt schon du hast so ein großer heim ja zwei sogar zwei dahinter ist noch einer ich hab immer noch kein mana ok abstand nehmen nicht weiter nach rechts da ist nämlich noch einer im busch da ah da sind sogar drei hier ja weiter zurück zurück beobachten ob die zusammen bleiben ja meine mana ist auch ziemlich weit unten wolf geht dann auf den keulen schwingen der trennt sich gerade jep attacke hoch daneben ach getroffen ja mach auch mal 80 da an das ist schön ach 100 noch woher rennt der denn vor uns weg wenn er schlau ist gleich renne ich direkt auf ihn zu ne ja ok down schön ach ich hab kaum noch da ist ein roll aber ich glaube es macht ich glaube es macht doch sinn die besseren tränke zu machen hehehe auf jeden fall ok weiter nach Norden oder sollen wir die anderen Viecher da rein holen naja lass uns lieber weiter was im weg ist muss gemacht werden ansonsten immer weiter weil sonst sind wir zu schnell voll wir können auf dem rückweg ja alles weg machen schlaflosen berge wir müssen etwas weiter nach da naja ich muss dem rot Schopf hier immer folgen das ist etwas ich hab mich mal festgesetzt oh was geht hier denn dann könnte es schon sein oder wo ich beseitigen FIXI da sehe ich auch einen Org wo achso oh ja der bleibt aber irgendwie da oben für sich So, erstmal hier looten, würde ich sagen. Wie könnte das ja... Ich habe nämlich gerade noch 23 Mana. Wow, Wolf. Wolf, Wolf bei mir. Ich höre mal meine Mana, die ich mir auf Reserve habe. Ich habe einen Putsi gelootet, ja. Okay, habe ich... Ich glaube, wir müssen da hoch. Wo? Da fehlt! Habe ich noch nie gesehen. Oh, wie schön! Habe ich auch nicht. Und er tötet es. Gib Leder! War zu erwarten, also zu hoch. Wie ist denn, Heini? Wie groß... Ach du Scheiße. Ich meine, ähm, ja, äh, bereit? Ne, ich habe noch kein Mana, aber gleich. Die Tränke. Ich glaube, er ist tot. Ich muss jetzt kurz davor sein, vor dem Lager. Hier unten ist nur ein Bär, also hier ist kein Lager. Vielleicht ist es hier unten drunter. Meinst du? Wirklich? Ja. 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 Oh ja, das sieht interessant aus. Ja. Okay, dann wieder da hinten runter. Ja. Oder hier. Hier geht auch. Okay. Ich bin runtergefallen. Das geht natürlich auch. Dann denk aber dran, nicht zu heilen. Hab ich gerade. Ich halte hier den Abstand, dass es mir... Bei Gamer, da ist es mir zu nahe. Okay, bereit? Ja. Ja. Dann auf die nächsten. Okay. Ja, ich habe noch voll viel Mana. Oha, neben mir ist ein Wolf aufgetaucht. Okay, hab ich. Puh. Da sind noch Orks. Da müsst ihr aufpassen, ne? Oha, der ging toll daneben. Uh, Level up. Direkt mal auf Gewicht. Damit wir weiter laufen können. Ähm... Und Mana. Rock! Wow, haben wir aber hier viel umgenietet. Wölfe! Wo kommen die denn jetzt her? Muss mal in die Kiste reingucken. Da ist schon wieder was sehr interessanter drin. Oh. Oh, Level 26. Kann einer von euch nehmen. Dann kann ich es nicht mal öffnen. Ich kann es nicht mehr tragen. Ach so. Ja, dann nehme ich es. Dann kann die überhaupt nicht auf die Kiste zugreifen. Das ist interessant. Die ist auch leer. Ja, jetzt. Wenn wir noch weiter nördlich gehen, können wir noch den Thron freischalten und dann zurück. Was haltet ihr davon? Also Throne of Ignus auf diesen Turmen. Oh Gott! Vorsicht! Ja, noch 600. 500. 400. 300. 200. Das... Hä? Ja. Ja, ich würde auch grad sagen, hä? Ach, jetzt. So. Dann haben wir hier das Lager geschafft. Mal sehen, ob wir in der nächsten Folge es tatsächlich zu diesem Turm schaffen und lebend auch wieder zurückfinden. Also schaut dann wieder vorbei. Macht's gut! Tschüss! Ciao! Tschüss! Tschüss!